Der SSV Milheim-Kerlich war ein Sportverein aus Milheim-Kerlich. Die erste Fußballmannschaft spielte ein Jahr in der damals zweitklassigen Regionalliga Südwest. Geschichte Der SSV Milheim wurde im Januar 1921 durch die Fusion der 1919 gegründeten Vereine Ballspielverein Milheim und SC Einigkeit Milheim gegründet. Im Jahre 1934 fusionierte der SSV mit dem TV 1905 Milheim zum TUS 05-21 Milheim. Die Fusion wurde ein Jahr später wieder gelöst. 1947 kam es noch einmal zur Fusion der beiden Vereine. Das Produkt Milheimer SV 05-21 wurde im Jahre 1950 wieder gelöst. Die erste Fußballmannschaft schaffte im Jahre 1963 den Aufstieg in die Amateurliga Rheinland. Von 1964 bis 1966 wurde die Mannschaft dreimal in Folge Wiesemeister. Bei den deutschen Amateurmeisterschaften 1965 und 1966 erreichten die Milheimer jeweils das Viertelfinale. Im Jahre 1967 wurde die Mannschaft Meister und schaffte den Aufstieg in die Regionalliga. Gleichzeitig gewann der SSV durch ein 7 zu 0 gegen den FV Engers 07 den Rheinland-Pokal. Die Regionalliga war jedoch eine Nummer zu groß für die Milheimer. Mit nur zwei Siegen folgte der direkte Wiederabstieg. 1969 wurde der SSV noch einmal Meister der Amateurliga Rheinland, scheiterte aber in der folgenden Aufstiegsrunde. Drei Jahre später stiegen die Milheimer aus der Amateurliga ab. Im Jahre 1992 nahm der Verein seinen heutigen Namen an. Der Abstieg in die Bezirksliga erfolgte im Jahre 1997. Seit dem 1. Juli 2000 bildete der SSV Milheim-Kerlich eine Spielgemeinschaft mit dem SSV Urmitz Bahnhof. Die SG 2000 Milheim-Kerlich schaffte im Jahre 2009 den Aufstieg in die Rheinland-Liga. Im Jahre 2011 erfolgte die Fusion der beiden Vereine zur Sportgemeinschaft 2000 Milheim-Kerlich 1921 e.V. Erfolge Rheinland-Pokalsieger 1967 Meister der Amateurliga Rheinland 1967-1969 Persönlichkeiten Harald Eberts Helmut Manns Werner Winken Werner Winken Konnik Werner Winken Werner Winken Herring Werner Winken Google